Herr Professor Meier, was waren denn heute spannende Aspekte oder Impulse, die Sie mitnehmen? Also alle Vorträge waren großartig. Die Referenten waren hervorragend. Hätte ich in der Qualität nicht erwartet. Für mich war, glaube ich, das interessanteste Quantum Computing, das ich völlig unterschätzt habe. Und nach dem Tag heute, glaube ich, ist das tatsächlich eine Technologie, die viel schneller kommt, als ich mir zum Beispiel vorstellen konnte. Und das ist natürlich revolutionär. Das wird nochmal eine völlige andere Dimension an der Datenverarbeitung ermöglichen im Vergleich zum Jetzt-Zustand. Gab es abseits davon etwas, wo Sie sagen, das war Ihr absolutes Highlight des heutigen Tages? Also das war ein ganz bestimmtes Highlight. Aber es war der ganze Tag, auch in der, sagen wir mal, Mischung der Themen. Auch das Thema China beschäftigt uns ja natürlich. Und insofern kann man nicht jetzt ein einzelnes Thema rausheben. Es war insgesamt, glaube ich, ein unglaublich befruchtender Tag, der einem viel eigentlich nochmal zum Nachdenken mit auf den Weg gibt. Wie gefallen Ihnen die Petersberger Gespräche allgemein? Die Atmosphäre, das Setting, die Aufmachung, der Ort? Ja, sehr schön. Wirklich, muss man ja nicht sagen, ist großartig. Was vielleicht für die Veranstaltung, finde ich, immer ein bisschen nützlicher wäre, das ist, wenn die Menschen nicht in der Reihe sitzen, sondern sich doch gewissermaßen anschauen können. Das wäre vielleicht für das nächste Jahr eine Anregung. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend Ihnen noch. Dankeschön.